Vector ist wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Container-Klasse aus der C++-Standard-Bibliothek. Die Klasse ist ähnlich einfach anwendbar wie Array, die ich euch in einem vorherigen Video vorgestellt habe. Im Gegensatz zu einem Array ist aber ein Vector dynamisch bezüglich der Länge, das heißt zur Laufzeit können sehr bequem neue Elemente hinzugefügt und wieder gelöscht werden und damit ist Vector eben prädestiniert für Anwendungen, bei denen ihr zur Zeit der Programmierung noch gar nicht wisst, wie viele Elemente denn tatsächlich gespeichert werden sollen. Um diese Klasse Vector anwenden zu können, müssen wir zunächst die entsprechende Header-Datei einbinden. So, jetzt können wir ein Vector-Objekt erzeugen. So deklariere ich also den Vector mit dem Bezeichner iVec, der Integer-Variablen speichert, der aber noch leer ist. Ich könnte bei der Deklaration aber auch dem Array schon eine bestimmte Anzahl von Elementen hinzufügen, zum Beispiel indem ich hinter dem Bezeichner die gewünschte Anzahl an Elementen in runde Klammern schreibe. So, auf diese Weise werden in iVec fünf Elemente gespeichert, die alle automatisch mit Null vorbelegt sind, wie man das hier sieht. Eine zweite Möglichkeit ist die Initialisierung mit geschweiften Klammern. Der Zugriff auf die einzelnen Elemente des Vektors erfolgt entweder wieder mit der Funktion add oder den eckigen Klammern, wie ich das schon beim Array gezeigt habe. Hier greife ich nochmal das Beispiel auf, bei dem ich nur die ungeraden Zahlen aus dem Vektor ausgebe. Mit der Funktion size hier bestimme ich dabei wieder die Anzahl der Elemente in dem Vektor. So, für den speziellen Zugriff auf das erste oder das letzte Element gibt es wieder die Funktion front und back. Okay, soweit gibt es also noch keine Unterschiede zum Array. Jetzt werde ich aber die Größe des Vektors dynamisch verändern. Und zwar erweitere ich das Programm so, dass der Benutzer Zahlen eingeben kann und diese werden an das Ende des Vektors angefügt. Als erstes erstelle ich hier einen Vektor mit drei Elementen, die mit Null initialisiert werden. So, und in diesem Block hier wird der Benutzer nur gefragt, wie viele Zahlen er denn an den Vektor anfügen möchte. Und diese Eingabe beschränke ich auf den Bereich zwischen 1 und 10. Und in dieser Vorschleife hier lese ich dann die Eingaben ein und füge diese ohne eine Überprüfung der Eingaben. Mit der Funktion pushback dann an das Ende des Vektors an. So, das Neue in diesem Code steht also eigentlich nur in dieser einen Zeile hier. Damit man jetzt auch mal sieht, dass der Vektor wirklich verlängert wird, gebe ich den gesamten Vektor dann am Ende nochmal aus. In dieser Ausgabe sieht man also die eingegebenen Zahlen, die jetzt im Vektor gespeichert sind. Hier sieht man nun auch, dass der Vektor sieben Elemente enthält. Und diese Angabe kann man auch wieder mit der Funktion size ermitteln. Neben size gibt es noch die Funktion capacity, die die Anzahl an Elementen für die Speicherplatz in diesem Vektor reserviert wurde, angibt. Man könnte annehmen, dass size und capacity immer dieselbe Ausgabe liefern. Aber dass das nicht so ist, zeigt dieses Beispiel hier. In dem Vektor befinden sich hier sieben Elemente, aber die Kapazität beträgt neun. Sozusagen haben wir hier Speicherplatz für zwei Elemente noch in Reserve. Der Grund für den Unterschied zwischen Size und Capacity liegt darin, dass das Bereitstellen von neuem Speicher einigermaßen aufwendig ist und sowohl Zeit als auch Rechenressourcen kostet. Wenn also bei jeder Erweiterung des Vektors immer nur der für den nächsten Schritt benötigte Speicher neu angefordert würde, könnte das Programm sehr ineffizient sein. Um diese Ineffizienz zu umgehen, wird bei der Erweiterung des Vektors auch mal etwas mehr Speicher angefordert, als dann wirklich gebraucht wird. Und daher kommt also der Unterschied zwischen Size und Capacity. Wenn man aber sicher ist, dass man die Reserve vorerst nicht benötigt, kann man diese auch aktiv freigeben, indem man auf den Vektor die Funktion shrink-to-fit anwendet. So wie man hier sieht, ist die Kapazität dann auch nur noch so groß, wie auch Elemente im Vektor sind. Das heißt, shrink-to-fit ist eine Möglichkeit, die Kapazität des Vektors dem tatsächlichen Bedarf an Speicherplatz auch anzupassen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man selber angibt, um wie viele Elemente die Kapazität des Vektors erweitert werden soll, wenn man denn den Vektor vergrößern möchte. Dazu muss man natürlich wissen, wie viele zusätzliche Elemente man braucht. In diesem Beispiel hier ist diese Voraussetzung ja erfüllt, weil ich den Benutzer vorher frage, wie viele neue Elemente hinzugefügt werden sollen. Nachdem also der Benutzer festgelegt hat, wie viele Elemente ergänzt werden sollen, speichere ich hier zunächst die Anzahl der Elemente vor der Anpassung. So, und mit Resize lege ich dann die neue benötigte Größe des Vektors fest. Jetzt darf ich hier unten natürlich nicht wieder Pushback verwenden, um die Benutzereingaben in den Vektor zu speichern, sondern nun muss ich entweder über die Funktion Add oder über die eckigen Klammern auf die gerade mit Resize ergänzten Speicherplätze zugreifen. So, und die Ausgabe zeigt jetzt, dass Größe und Kapazität des Vektors identisch sind, weil wir vor der Eingabe der Zahlen eben nur so viel Speicher angefordert haben, wie auch tatsächlich benötigt wird. So, natürlich kann man aber nicht nur Elemente an den Vektor anfügen, sondern man kann auch Elemente entfernen. Die einfachste Weise dafür ist der Befehl PopBack, mit dem man das hinterste Element aus dem Vektor entfernt. In der Ausgabe sieht man jetzt zwei Sachen. Erstens ist tatsächlich das letzte Element aus dem Vektor entfernt worden und zweitens ist die ursprüngliche Kapazität von 5 durch PopBack nicht verändert worden. Die ist nämlich immer noch 5, während Size die Größe 4 hat. So, wenn man aber nicht nur ein Element aus dem Vektor herausnehmen will, sondern den gesamten Vektor leeren möchte, gibt es dafür den Befehl Clear. Wie man hier in der Ausgabe sieht, löscht Clear also alle Elemente des Vektors. Die Größe wird dann auf 0 gesetzt, aber die Kapazität bleibt wieder bestehen. Hier in diesem Video habe ich euch die wesentlichen Grundlagen zum Programmieren mit Vektoren gezeigt. Dabei bin ich aber nur auf den direkten Zugriff auf die Elemente im Vektor eingegangen, also mit Add oder den eckigen Klammern. Vektoren unterstützen aber auch das Konzept von Iteratoren, mit denen die Möglichkeiten dieser Containerklasse nochmal deutlich erweitert werden. Zum Beispiel kann man damit Elemente an beliebigen Stellen im Vektor einfügen oder löschen oder auch Sortierungen im Vektor vornehmen. Was Iteratoren genau sind und wie man damit umgeht, zeige ich euch in einem der folgenden Videos in dieser Reihe. Wenn ich euch vor mir von ihm gleiche erzähle, Vielen Dank.